Herzlich Willkommen im Denderas Mallorca Journal. Wir befinden uns im Südwestküste Mallorcas. Im Hintergrund ist der Ort Pegera zum Sehen. Ein Blick auf die Meer Wir befinden uns im Ort Santa Ponsa. Ein Blick auf Santa Ponsa. Die Mutigsten steigen auf den Felsen. Sie haben natürlich ein ganz toller Blick von oben. Hier ist die Bucht von Mallorca. Schöne Schiffe. Die Menschen haben riesen Spaß gehabt. Ein Blick auf die Inseln. Ein schöner Jacht. Ein Zegelschiff. Wer ist die Schnellste hier? Ist er die Frage? Ein Blick wieder auf die Inseln. Die Weite Meer Blick von oben Mirador Der Kanon Islas Markratz Die Aufnahmen sind von gestern. Es war etwas bewölkt. Der Bucht von Mallorca. Der Bucht von Mallorca. Dendera Susanna Medici.